Sie sind hier, 23. August 2018, 16.20 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Stefan Effenberg, L. und Friedhelm Funkel, M. sind zu Gast beim Moderator Thomas Helmer, R. Urheberrecht, Sport1, Grafik, Imago, Getty, Images, Sport1, Friedhelm Funkel und Stefan Effenberg analysieren beim Check 2-4-Doppelpass die Aufreger des 1. Bundesliga-Spieltags. Ein Thema ist das Auftaktspiel der Bayern. Der Check 2-4-Doppelpass wird als klare Nummer 1 unter den Fußballtags in Deutschland. Eine Million Zuschauer im Schnitt, die Fans informativ, unterhaltsam und meinungsstark durch die neue Spielzeit begleiten. Der FC Bayern im Eröffnungsspiel gegen Champions League Teilnehmer 1899 Hoffenheim, das Samstagabendspiel Gladbach gegen Leverkusen in der Analyse und die erstaunliche Erfolgsgeschichte von Trainerlegende Friedhelm Funkel. Mit Fortuna Düsseldorf. Moderator Thomas Helmer wird darüber mit Friedhelm Funkel und den Sport1-Experten Stefan Effenberg und Reinhold Beckmann am Sonntag ab 11 Uhr live auf Sport1 diskutieren. Im Hilton Monik Airport Hotel werden Robert Peters, Rheinische Post, Christian Feig, Sportbild und Monir Zitoni, Kicker, zu Gast sein. Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballteils Deutschlands ist Ruth Hoffmann. Der Check 2-4-Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf Sport1 auch komplett via Facebook live zu sehen sein. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr 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 Untertitelung des ZDF, 2020